Seit 1972 hat sich die Gebrüder Harbauer GmbH zu einem anerkannten Spezialisten für Verarbeitung, Handel und Montage von Industriegummiartikeln inklusive Zubehör entwickelt. Stammsitz ist Badenhausen mit Niederlassungen in Facher und Erfurt in Thüringen sowie in Rosswein in Sachsen. Mit unserem Ladengeschäft bieten wir unseren Kunden umfassende Beratung und Zugang zu tausenden Artikeln rund um das Thema Hydraulikschlauchanwendungen, vervollständigt durch passende Anschlüsse und Verschraubungen. Wir veredeln Kunststofftransportbänder für die unterschiedlichsten Bereiche. Für alle Anwender von Kunststofftransportbändern und Zubehör sind wir ein kompetenter Ansprechpartner und fertigen auch Wellkanten und Stollengurte. Gummifördergurte mit glatter oder profilierter Oberfläche stellen wir unseren Kunden auch in Öl- oder fettbeständiger Ausprägung zur Verfügung. Wir verfügen über eine eigene Polyurethan-Gießabteilung, in der wir Gießteile vom Prototypen bis zur Kleinserie herstellen können. In verschiedenen Shore-Härten bieten wir Verschleißgummi für unterschiedlichste Materialanforderungen und Eigenschaften an. In unserer Zerspanungswerkstatt können wir auch nach Kundenwunsch Umlenk- und Antriebstrommeln anfertigen. Unsere Kernkompetenz liegt in der Lieferung und Montage von Transportbändern für Kieswerke und Steinbrüche sowie für die sonstige Schüttgutindustrie. Mit unserer Produktpalette können wir für alle erforderlichen Anforderungen die passende Materialbeschaffenheit anbieten. Für eine schnelle Lieferung halten wir stets eine große Anzahl Transportbandtypen in unserem Lager bereit und mit unserem Vor-Ort-Service bieten wir zusätzlich die Montage der Transportbänder an.